Hallo zusammen, Heizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, eine eilige Nachricht anzunehmen bei Schmied Dargus im Wald von Erwin, an dieser Stelle, also in der Schmiede von Goldhain. Und ich lege direkt los, weil die Nachricht ist eilig. Ganz schnell zu diesem NPC laufen und da ist die Quest schon bereit zur Abgabe. Quest ist abzugeben bei Bartlett, der Trapfere, im Wald von Erwin, an dieser Stelle. Falls ihr euch fragt, was der Sinn dieses Videos ist, ich weiß es auch nicht, ich kann einfach die Quest aufnehmen, also mach ich es. Ich hoffe mein Video hat euch geholfen diese Quest abzuschließen, falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein und in den Kommentaren findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal, wäre cool wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg, ciao. Bis zum nächsten Mal. Wir всё ab Vielen Dank.